Die Polizei berichtet zu diesem Verkehrsunfall, der sich am Samstagvormittag, dem 15. Mai 2021, in der Raiffeisenstraße in Winnenden-Hertmannsweiler, ereignet hat. Ein 45-jähriger Dacia-Lenker befuhr die Raiffeisenstraße in Winnenden-Hertmannsweiler. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt dort gegen einen Baum. Der Fahrer wurde eingeklemmt, konnte jedoch schwer verletzt geborgen werden. Zur Rettung und Versorgung des Fahrers waren Rettungswagen, Notar, sowie die Feuerwehr Winnenden an der Unfallstelle im Einsatz. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden, der Baum wurde stark beschädigt, so das Polizeipräsidium Ahlen. Untertitelung des ZDF, 2020